Für mich war Nachhaltigkeit immer so dieses Thema, okay, Umwelt, Tiere, Mobilität, kein Fleisch essen, ich achte auf Mülltüten, ich bin also so ein bisschen in einem anderen Kosmos. Und für mich war das spannend, auch nochmal mehr da reinzugehen, dass gerade der Hausbau oder das Eigenheim einen unheimlichen Impact auf die Umwelt hat. Wie siehst du das und wie findest du das, dass auch da die Entwicklung jetzt immer mehr hingeht, dass man sich eben auch damit auseinandersetzen muss? Vielen Dank.